Ich habe schon etwas Neues. Ja, Akrobat. Schön. Hassler, bei dieser Nummer arbeite ich über Ihnen. Und ich unter Ihnen? Ja, selbstverständlich. Wo denn sonst? Ich arbeite jetzt vorwiegend auf Ihrem Kopf, okay? Oh, weh. Okay. Hassler, halten Sie das Buch? Nein, 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 das Buch brauche ich doch. Ich muss doch nachsehen können, während der Nummer, wie es weitergeht. So, bitte sehr. Punkt A, die Besteigung. Herr Mattis, ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass es sich bei mir um eine Erstbesteigung handelt. Vielleicht steigen Sie am besten auf einen Oberschenkel, ich zähle bis drei. Ready? Ready? Eins, zwei, aber erst auf drei. Aua, da sitzt er. Einen Moment, ich glaube, Herr Mattis, das stimmt etwas nicht. Warum geht das nicht? Hassler, dieser Aufstieg ist gestrichen. Machen wir es anders. Ja, wir machen es anders. Pass auf, Sie stellen sich gleich so her, okay? Ich stelle mich so her. Ready? Ready? Bitte bleiben Sie, bitte bleiben Sie. Ready? Ready? Die Hand bitte, ja? Die andere auch. Hassler, Sie müssen das Buch halten. Ach so, ich habe nur zwei Hände, Herr Mattis. Versicht. Versicht. Ready? 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 Hup, hup, hup. Hassler, Hassler. Was sind Sie für ein Untermann? Sie sollen stillhalten. Moment, Augenblick. Kommt auf den Schultern des Partners zum Sitzen. Umblättern. Aha, da steht es. Der Artist steigt auf die Schultern des Partners. Hassler, ich muss höher. Ich muss... Vorsicht, Hassler. Ruhig, schön, schön. Ruhig, Hassler. Hassler. Hup. Hup. Haben Sie. Hast du nicht, Macke? Untermann, fest. Ready? Ready. Das Buch, das Buch. Buch. Bitte. Buch. Na bitte, hier steht es ja. Der Untermann hat vollkommen ruhig dazustehen. Punkt C. Der Künstler betritt den Kopf des... Ich muss auf den Kopf. Hassler. Wo ist Ihr Kopf? Aua, Herr Mathis. Hassler. Mein Ohr. Herr Mathis, Sie reißen mir ja die Ohren ab. Hassler, sind Sie doch kein Weichling. Was ist denn? Hassler, halten. So, das wäre eben all das.